Der Radio Wissen Kultur der Kopie Ein Computerbefehl hat die westliche Kultur ins Herz getroffen. Steuerung C. Kopieren Die Kopie nämlich hebelt die Urheber- und Verwertungsrechte einfach aus. Mit einem schlichten Tastenkürzel. Das Urheberrecht müsse deshalb als historische Errungenschaft gewahrt werden. Dies ist dazu künstlich in einem Aufruf. Und zwar zum Schutz der Autoren und der Künstler. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein jedoch existierte im Deutschen Reich gar kein Urheberrecht. Und das hat weder dem Buchmarkt geschadet, noch den Autoren. Im Gegenteil. Deutschland wurde ohne Urheberrecht zum Buchland. Dichter und Denker, sie wissen schon. Autoren verdienten in der Zeit der Nachdrucke so viel wie nie zuvor und nie danach. Im Vergleich zu England, das bereits seit 1710 ein Copyright hatte, wurde in Deutschland ein Vielfaches publiziert. Das hat die historische Analyse des Wirtschaftshistorikers Eckhardt Höfner gezeigt. Mit der Einführung des Urheberrechts stiegen dagegen die Preise für Bücher. Und die Kopie wurde verboten. In der Kunst ist sie allenfalls als Lernmethode wichtig geblieben. Dabei kennt auch die Kunstgeschichte zahlreiche Episoden der Nachahmung. Und in China etwa ist die Kunst der Kopie anerkannter und elementarer Bestandteil der Kultur. In der westlichen Zivilisation erlebt die Kopie derzeit mit den digitalen Techniken einen neuen Aufschwung. Sample und Meshup sind nicht einfach nur Formen des Konsums, sondern der Anheilung. Konsum und Produktion erfahren keine scharfe Trennung mehr. Denn im Digitalen sind die Produktionsmittel sozialisiert. Auch ohne Marx gelesen zu haben. Analoges Kulturschaffen ist davon jedoch nicht betroffen. Ein Theaterabend lässt sich digital ebenso schlecht kopieren wie eine Rauminstallation. Betroffen sind vor allem Filme und DVDs, E-Books und Studiomusik. Deshalb sollten die durchaus sinnvollen Urheberrechtsabgaben am Kauf eines Rechners auch den Produzenten und Autoren neuer elektronischer Werke zufließen. Ein simpler Befehl wie Steuerung C lässt sich hingegen nur mit totalitärem Aufwand verbieten. Klammheimliche, kompromisslose Durchsetzung des Copyrights wäre das Mittel einer Diktatur. Aber nicht einer freien Kultur. Und damit zurück ins Netz.